Tutu ist der Beste Oh, und was muss ich machen? Gestohlenes Auto Das Auto von Raszkowski holen wieder Wie der Marc als Kopf ausschaut Wie homoos, ey Hola, Senor Sanchez ist in Dambuil Fahre ich das passende Auto, ey Major Sanchez Dann machen wir mich auch mal hübsch Ich bin Officer Plastics Der Bart sieht so genial aus Bei dem einfach Ich fahrts mal mit nem anderen Auto Mit meinen GTR Alter, jetzt müssen Marco dich erst mal den schwierigeren Part übernehmen Egal, das kriegen wir hierher, warum? Wir müssen doch da nur reinlatschen Ich weiß nicht, ob wir da auch irgendwie schießt wissen Also Aber wir müssen auch nen Streifenwagen klauen Ja, aber wir müssen als Kopfverkleid Ja Du musst bei mir mit Du musst bei mir mit Abel dick und fettig rüber Oh, nope Außerdem hab ich kein Centor noch Wo ist denn das Police Department? Ich hab auch keinen Ein steifenwagen stehlen Und dann müssen wir zum Police Department Marc Deswegen müssen wir Stress machen Damit die Polizei kommt Der Marc hat halt Schwierigkeiten mit dem Text da unten Der ist nicht groß genug Der muss mindestens halb so groß sein wie der Bildschirm Dass er ihn liest Oder da muss irgendwo Tako stehen Dann wird er's lesen Und dann kann man auch einfach die Polizei anrufen Begib dich zum Tako, Polizeirevier Dann wird er's lesen Die Polizei kann man leider nicht anrufen Warte, wir können jetzt einfach gucken Wo ein Cop-Auto ist Und dann lassen wir die Cops wieder weg Das haben wir gleich eins klar Und komm mal hier runter, hier unten kommt eins Ach du hast Cops? Ich hab nämlich keine Marc, dann steig ich in das Cop-Auto ein am besten, oder? Ja, du kriegst auch automatisch Sterne Ja, aber Die kommen jetzt zu dir, die steigen aus Weil sie dich haben wollen Ich hab nämlich noch keinen Stern und dann kann ich einsteigen jetzt Guck Ja, steig ein Dann klatsch ich weg Oh, verpiss dich doch, Brüden Oh, die Cops sind beide Ey, die haben die mich gekriegt jetzt Ich dachte, du killst die Marc Ey, hier doch, du steigst einfach rein und laufst Ja, aber sobald ich drin sitze und die neben mir stehen Dann schießen die doch direkt auf mich NoobNoodle ist gestorben Ich glaube nämlich nicht, dass du verfehlen würdest Wenn jemand einen Meter neben dir im Auto sitzt Wenn du auf den Kopf ziehst So, zweiter Versuch Ja Wow, wow, wow Erstmal fast überfahren werden Warum können das jetzt nicht gleich hier in Cop-Autos sein? Warum? Weil das zu leicht wär Weil das zu einfach wär Ach was Nichts ist zu einfach Na klar Teuer Tag Und vor allem da wir auf Schwer spielen Und nochmal zum Hafen Ich bitte euch diesmal nicht mehr zu sterben Hups Wir bleiben einfach direkt hier Hast du jetzt schon Sterne? Ja Nein, leider nicht Ich kann dir viel geben Verprügelt halt einfach auf der Leute Auf der Straße ein, zwei Fratz Und dann habt ihr ein Sternchen Hast du schon einen Sterns, Necki? Ja oder? Nein Einmal abbiegen Ja, ich hab'n Stern Nice Ich hab'n Auto Ich hab'n Auto Du hast jetzt was schon Du hast das Cop-Auto Das sagt man eigentlich erstmal drinsitzt, Mark Ja Jetzt hab'n Ich hab'n Auto Ich hab'n Auto Er wollte damit nur sagen, dass das gesehen hat vielleicht Dass er jetzt weiß wie es aussieht Ja Mit Heli und allem drum und dran Ich hab'n Auto Also ich fahr jetzt mal einfach Oh Gott Wir müssen den Container auf dem Schiff knacken und da ein Auto rausklauen Ja Alter, was ist mit diesem Pisser hier los? Wie fährt der? Du musst eigentlich irgendwie nur den Heli loswerden, Mark Oje Raufklettern, Schloss knacken, Auto klauen, Container, Schiff, Wort Weiß einer wieviel's für den heißt gibt? Keine Ahnung Mark, du bist aber schon gut weit weg oder vom Heli? Ja, trotzdem Hier sind immer wieder Cops Und ich fahr' gerade im Gegenverkehr Also wir müssen jetzt Ah, da Du darfst ja auch nicht auf dem Hegel fahren Also du musst auf Da stehen welche vorm Schiff schon Wirst du Maske aufziehen oder noch nicht? Äh, ja, ja, ja Warte mal Ich weiß auch vor allem gar nicht mehr wo du bist, Mark Wie wär's wenn wir die versuchen schallgedämpft irgendwie platt zu machen? Da ist immer in das Cop-Auto dreht sich nicht mehr Ich lieg' auf dem Rücken und das kann man nicht mehr drehen Also meine Oder mein Gewehr ist schallgedämpft Ah, jetzt Schnell, schnell, schnell Nein, jetzt haben sie mich wieder, Mann Scheiße Bist du bereit? Ja Du den Linken, nicht den Rechten Ich hab' keine Schallgedämpfte Keine Schallgedämpfte Ja egal, da sind eh 1000 am Schiff Ah, die schießen schon Mark, komm mal hier in die Richtung wo ich gefahren bin Komm mal hier hin zu mir in die Nähe Nee, nee, ich versteck mich hier unten Ja, weil hier Gott, Kopf haben wir jetzt auch Die ganze Formelien nicht erkannt werden und alles Wo ich bin Alle, wenn die mich hier kriegen, ey Bist du noch oben geschützt und zur Straße? Nein, ich bin unten Ja, können die die von der Straße aus theoretisch sehen? Mark, die hab' ich Ist jetzt mein Spiel abgestürzt? Ist jetzt mein Spiel abgestürzt? Nee, doch nicht Ich bin drauf, ja Fuck, hier sind zu viele Das wär' keine Rennen Stirb Deswegen hab' ich gesagt, komm zu mir Weil ich Die Kops stehen neben mir auf der Straße Und ich hab's abgehängt Mir stehen locker 10 Kopsautos Geh mal ein bisschen Geh mal ein bisschen in Deckung Bei mir standen gerade auch 10 Kopsautos Direkt vor mir auf der Straße Alter, wie viel halten die aus, bitte? Da ist noch einer Da ist noch einer Und noch einer Ich hab's nämlich abgeschüttelt Ist der jetzt down? Ja, na, Tote Der da hinten noch nicht Warten wir bis der den Kopf rausstreckt Komm, 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 komm Na gut, dann geh mal hin Oder so Jetzt ist er schon weg Ah, okay Aber wir müssen eh da lang, glaub' ich Marc, die wissen, wo du bist Die wissen, wo du bist Wow, 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 wow Von wo? Ich glaub' wir wechseln mal die Seite Weil am Hafen ist auch irgendwas, was auf uns schießt Stirb halt Hinter uns muss irgendwo eine sein, ne? Ja, ich hab' die Kopf weg Nice Jetzt müssen wir zum Polizeirevier Warte mal, ich komm' zu dir, Marc Ich muss bei dir einsteigen Ich muss erstmal das Kopfauto wieder finden Ich steck' hier andauernd fest Du hast es abgestellt Ich ja Doch, gesagt, ich bin ausgestiegen Alter Ihr seid hier so altes Ehepaar Ja, ich sag' fünfmal, ich bin ausgestiegen Ich dachte, du wärst nur kurz ausgestiegen Naja, aber da oben ist es Ich weiß, was ich Oh Gott Meine Leben Ich muss kurz regenerieren lassen Futter schnell, wirst du Aber da ist doch einer, bitte Ne, da ist, glaub' ich, noch ein Gang weiter Wie war das mit Essen? M... Inventar Und dann Snacks Ah, okay Das ist echt ein bisschen kompliziert Das könnte ruhig einfacher gehen So, wo bist du jetzt? Ich glaube, wir müssen oben rauf, oder? Ja Wir müssen irgendwo hochklettern Alter, wo bist du, Marc? Ah ja, hier steht's Kopfauto Wo sollen wir denn da hochkommen? Oh, da sind gleich zwei Da unten, okay Bleib da stehen, Marc Bleib da einfach stehen Das ist auch so ne scheiß Deckung hier Aus der man nicht rausschießen kann Ich versuch nochmal was zu essen Ganz hinten Kannst du Kommst du klar? Ja Was meinst du mit ganz hinten? Komm mal da hoch? Ja Ach, wir müssen die Container raufklettern Oh nein, 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 nein Alter Wie schaut's bei euch eigentlich aus? Marc, fahr doch bis zum Polizeirevier ja warte weil das radio aus wir haben auch musik zu hören kopf am arsch das schießt das schloss ja man sollte doch lesen was da steht ja es ist nicht groß genug geschrieben alter mit der dreckskiste sollen wir hier jetzt ihr müsst ja nicht ab und ihr habt ja glaube ich keine sterne oder nein doch doch soll ich jetzt einfach drüber heizen ja soll ich drei sterne haben wir kommen hier raus vom hafen ja da lang drei sterne und hübschrauber so dass du jetzt hier auf dem ding wir müssen jetzt den streifen tragen abfackeln mag oh mein gott sie falls hier einfach gerade aus wieso sagen wir so ein blödes auto klauen weil das aus von dem typ ist und wir aus dem gefächtnis und wahrscheinlich sind da irgendwie waffen oder irgendwas drin oder irgendwie fortbildungsergebnisse glaube ich ach ja stimmt da war da stand irgendwas vor den irgendwelchen plänen glaube ich das sind aber keine cops was da gerade auf uns schießt den einen musste noch abschütteln ja machen dreher okay nein nehme ich in die zange links weg doch hier ist mir jetzt auf dem highway und ab geht die post alles lege ich bleibe immer stehen bei dir ja ich bin ja auch stehen geblieben weil ich guck muss wo wir lang müssen ja näher müssen gerade irgendwo reingefahren sind dann lecken irgendwie weg wieder und steig aus am brennen geht doch nicht so nah ans auto wenn wir das okay ach so gut ja dann zimts an macht benzin hin ich fackels ab ja warte 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 die klatschen der eine hat ein video von uns gemacht der hubschrauber der hubschrauber so schön reinlernen habt ihr es geschafft ja wir müssen nur auf das auto jetzt abfucken wir warten ja nur auf das auto auf das okay mag dann geh weg vom auto kann es sein dass wir die das können auch noch in die luft fliegen das brennt aber jawoll wenn er ist alter schon wieder sechseinhalb kilometer komm fliegen in die luft auch einen geilen sound hat er schon ja doch willst du mal fahren oder lieber nicht ist egal kann ich kann ich okay dann darfst du werden sie schon eigentlich auch echt gutes ding oh oh dann kommt was hinter uns wir machen auf der grunde mit haar gedrückt halten aber nur bei manchen alles geht es halt nur im stehen bei manchen kannst es auch im langsamen fahren machen das ist halt immer verschieden da entspannend keine verantwortung nach rechts wo ist es hin ab nochmal ab nochmal